Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt! Ja Leute, ich spiele... also ich bin auch so der Hippie. Yay! Ich spiele ein neues Projekt, nämlich... Wie ich mich wiederhole... 4-2-Project-Origin! Ja! Ich und große Spieler, das passt mal überhaupt nicht zusammen. Ich werde das aber tagsüber spielen, weil... Nachtsüber, das... Ich hab da schon ne ganz dumme Idee geäußert vor ein paar... LP-Kollegen, das wird eh scheiße, aber egal. So, Einzelspieler! Es ist übrigens... ähm... Haha, Phoenix! Nein! Es ist übrigens NICHT blind! Jetzt bin ich schon mal vorne weg! Und... Ich spiele es auf leicht, weil ich total der Loop dran bin. Ich werde es auf jeden Fall auch nicht 100% machen, weil... Es hab ich auch bisher nur fast geschafft, aber es ist jetzt egal. Stort! Ähm... ja... Ich bin von einem Posten abgezogen, um eine Spezialmission im Gewerbegezirk Auburn teilzunehmen. Ihre Befehle lauten, in dem privaten Wohnbereich von Genevieve Arrestit vor der American Technologie Corporation vorzudringen und sie in Sicherheitsverwag zu nehmen. Sie wird ihnen Anweisung geben, wohin sie zu bringen ist. Oh, super! Ach du... Oh Gott! Super Sicht, oder? BORNER BROTHERS! Ja, die können auch Schockspiele programmieren. Das ist unglaublich, oder? Ach, wer hätte das gedacht? BORNER BROTHERS! Oh, super! Das wird auch... Obwohl ich tagsüber spiele, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, der Sound passt. Ich werde mich so scheiße oft erschrecken, das schwöre ich euch jetzt schon. Ja, erstmal läuft der ganze Bildschirm voll Blut. Super! Was ist zur Ver... Ähm... Hi Alma, was geht? Ach nö... Abschnitt 01... Vorwarnung... Äh... Äh... Ja, hi ähm... Was ist zur... Ach ja, wenn jetzt diese Gaming-Nerds kommen, die dann sagen... Ich habe das Spiel schon fünf Milliarden tausendmal durchgespielt und du hast DAS diesen jenens übersehen. Ähm, mir egal. Fragezeichen, Ausrufezeichen... Schaukel! Verdammt! Was ist zur Ver... Wow! Wir sind im ACP unseres Teams. Eine Spieluhr? Ach nö... Wow! Ugh! Fick dich! Ach du Scheiße, ist das leise! Ähm... Option... Definitiv! Sound! Dann drehen wir uns mal ein bisschen hoch, weil... Fick dich! Ich kann wirklich... Okay... Und kalibriere mal! Gut, fertig! Danke! Jetzt ist der Tick-Check! Yay! Keegan! Griffin! Jokowski! Stokes! Und... Fox! Und da drüben ist... Ich hoffe mal, man versteht die! Nichts zerstören, auch wenn sie sich wählen! Warum nicht? Warum nicht? Oh toll! Oh toll! Ja, wir sind übrigens... Back-Hit! Die überleben das nicht! Ah toll! Juhu! Und... Wow! Scheiße! Sieht das gut aus hier! Echt? Das ist echt hübsch! Da würde ich gerne wohnen! Was haben wir? Wir haben eine... Normalerweise! Pistol! Und eine... SMG! Oh, super! Ja, mit... Tabulator können wir einen PDA aufrufen! Wuhu! Super! Ja, ähm... Wir können zoomen, wir können rennen... Das war's bisher auch schon, ja... Wir können noch... Mit rechts den Angriff und... Wuhu! Bäh! So oft Bäh! Was zum... Voll von hinten... Ich will da durch! Oh, mit F können wir unsere Taschenlampe aktivieren! Yay! Taschenlampe! Das ist so toll! Das gibt Lager! Los jetzt! Oh, hi Leute! Mit C können wir uns ducken! Nöööö! Yay! Ah, ich muss meine Mutter anrufen! Hallo! Ach verdammt! Okay, in diesem Spiel gibt es nichts zu lachen! Ganz ehrlich! Ja, lo... Hinterzimmer klar! Au! Das hätte... Das dürfte eigentlich ziemlich weh tun! Oh! Aber offenbar ist der Punkt hier! Was haben wir denn hier? Ach komm! Ihr könnt doch auf Pause drücken, oder? Pause? Lesen? Weiter! Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken! Oder geht ihr lieber zu Fuß? Ich geh lieber zu Fuß! Da ist einer fast verblutet! Haha! Wohl ein Schuss in die Arterie! Die Arterie? Meinst du die Arterie zu Klavio oder die Karotis? Tch! Jemanden wegen seinem Wissen zu floppen ist ein Zeichen von Unsicherheit! Nett! Wir müssen Arrestit finden! Jetzt! Ja auch! Richtig! Fox, sichere den Eingang! Red, du die Treppe! Der Rest kommt mit mir! Okay! Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen! Nicht schauen! Keegan, was ist los? Ach du Scheiße! Ja, wir können auch von Gegner an, wenn wir dann in den Mist... Och, Keegan hat's voll erwischt! Das ist wohl doch kein so leichter Job wie gedacht, würde ich mal sagen! Arsch! Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch! Schlimm! Naja, ihr überlebt's! Na toll! Jetzt sollen wir mit der Frau noch kämpfen! Das wird sicher lustig! Nichts! Ja, also Nahlauswahl, wir können das auch so machen und ich mach das lieber wahr! Ich glaub, Sie haben meine Arterie getroffen! Mann, lass es gut sein! Schöner Blick, was? Der ist echt nice! Wir sind nur zu zweit! Pass auf! Ich zähle an dich! Wow! Der ist echt schön da aus, wie muss ich sagen, aber okay! Wir haben ein Ziel! Bam! Oh! Ich hab keinen Bock mehr! Stokes geht aus dem Weg! Feiber! Jetzt! Sofort hierher mit euch! Ähm, diese Stimme, die werden noch öfters hören! Wir haben ja ein Problem! Die gehen auch nur jetzt so leicht down! Das wird auch noch härter! Die Leute, die sind da auf! Die Kredi unterstützt uns hierher! Die Kredi unterstützt uns hierher! Die Kredi! Die Kredi! Die Kredi! So, danke! So, zack, zack, zack! Ah, Deckung umdrehen. Ja, wir können Deckung schaffen, die im Allgemeinen ziemlich nutzlos ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo seid ihr Basterde denn? So? Ja, und hier ist das auch noch relativ... Okay, hier bräuchten wir einen Sicherheits... also einen Ausweis. Aber haben wir so etwas? Nein. Stokes, mach auf. Mach auf. Danke. Ähm... Treppensteigen. Ach nee. Wie nett. Oh nein. Hubschrauber, oh Gott, nein. Weg, 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 weg. Oh, wir haben Schimpfistolen. Und, wir haben Panzerung. Ja, da unten haben wir Panzerung in unser Leben. Das habe ich voll vergessen zu erklären. Rechts ist da unsere Muni. Wir konnten auch, ich meine, irgendwie auch umschalten, dass wir, ähm... irgendwelchen Dingen es beschießen sollte, aber es ist ja noch erklärt. Soll ich irgendwie... Hören Sie mich? Uh. Mr. X-Anonyme. Echt geil. Bla, 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 Kandidaten. Stopp, Leute! Lesen! Stopp, Leute! Lesen! Und fertig. Wunderbar, oder? Wunderbar, oder? Das Haus wird angegriffen. Ich denke, das sind Colonel Vanex, Leute. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Tricksarbeit macht. Finden Sie mich, wenn ich tot. Das ist... Ah! Den werden wir noch unglaublich hassen, Leute. Das könnt ihr euch... Könnt ihr euch... Könnt ihr euch... Könnt ihr euch vorstellen. Nein, das könnt ihr mir glauben. Auf jeden Fall. Oh, ein Medikid. Das können wir... Wir können maximal drei oder vier tragen. Ich glaube, wir. Und könnt ihr auf Z aktivieren. Und zwar jetzt was lustig. Granate, Alter. Mach, Bogen. Diese Nachkampfangriffe gegen die ziemlich effektiven Musik, möchte ich meinen. Da, frisst Granate. Frisst Nachkampfangriff. So, Down. Nein, 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 nein. Das kannst du nicht vergessen. Ich bin sein. stirbt. Ach, stirbt. Da unsere, natürlich geht unsere Panzer umbauen. Ja genau, auf B können wir. Ich hasse sowas. Ich werde die auch gar nicht wechseln, weil... Ganz ehrlich. Ja, dann komm mal. Und noch mehr Granaten. Da frisst das. Also hier brauchen wir eigentlich noch keine unglaublich große Strategie. Wir rennen einfach hin und haben kaputt. Ja, hier wird nicht nach, wie die meisten spielen eigentlich, Magazin einfach auffüllen, das wird nicht verbraucht. Scheiß drauf. Ist das schön. Ich will da überall rein. Das ist unfair. Ich bin ja voll ausgemustert. Das ist übel. Bäm! Gab's nicht irgendwo einen World Pool, in dem ich nicht in den richtigen Sinne? Ach, egal. Warte. Ich bin total planlos. Super, dass ich so unglaublich... Geht nicht kaputt, ne? Doch, es geht kaputt. Ich möchte da... Hallo, ich möchte da gerne rein. Hallo. Ich stelle mich ja mal wieder. Mann! Ich hab's echt vergessen. Was zur Hölle? Könnte ich mich bitte mal kurz daran erinnern, wie das hier noch war? Also, bla bla bla. Wir kommen von hier rauf. Bla bla bla. Schießen Gegner kaputt. Bla bla bla. Welche Deckung? Wo? Deckung. Ja, wir können uns super damit schützen. Nicht. Warte, haben wir nicht irgendwo? Nein. Definitiv. Umschmeißen. Ganz definitiv. Wie dumm kann ein Mensch überhaupt sein? Erklärt mir das bitte mal. Wie dumm. Hallo? Wie kann ich das übersehen? Meins, 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 meins. So, sehr schön. Oh, in der Küche. Ich will was zu essen. Ich hätte gern... Ich hätte keine Granate. Also, ich glaube, die liegen sterben im Magen. Mann, bin ich voll lustig. Ich auch. Sehen vermutlich alle hinter Gordor her. Okay. Ach, Mann. Wir kommen dort nicht durch. Ha, geh kaputt. Ach, nö. Fick dich. Oh. Ähm. Wie, zu knapp? Oh, die Lüftungsschacht. Mission Impossible. Nein. Nein. Ich fang jetzt nicht an, diesen Scheiß-Song zu-summen. Wow. Ähm. Alma? Ähm. Hi. Wie geht's? Ich, ähm. Ja. Komm, wir gehen planschen. Blub. Alma. Du scha- Ich hab euch mit dem Sicherheitssystem aufgeschwittert. Vorsicht. Da wird sehr viel. Ganz ehrlich. Geht in den Hauptschlafraum. Dort ist eine Verbreitung. Fick dich, Alma. Oh. Ey. Gibt's das? Meine Fresse. Ich krieg jetzt schon halt mehr als der Fall. Jetzt weiß ich auch, um mich kein Amnese-Let's-Player. Das ist ja irre. Wer hier total drauf ging? Haha. Quats. Quats. So. Sehr schön. Mann, du bist so dumm. 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 Hallo? 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 Wie können die überleben? Ah, genau. Da unten ist ein Instant-Medi-Dinger. Hallo? Wo sind die denn? Ach, da. In your face, bitch. Ach komm, hau mal ein bisschen bis zur Pistol umher. Ist doch auch egal. Bam. Bam. So. Oh, oh. Hm. So. Was? Alma. Stürb. Ich will die nicht schließen. Das muss aufhören. Sie ist zu gefährlich. Sie sagen, ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Oh, gut. Schaukel, schaukel. Wissst du? Ja, da schaut sich jeder gerne an. Spanner, ey. So, macht man... Eigentlich schlagt man Töne auf, aber egal. So, wir müssen hier drin ja ein verstecktes Zimmer finden. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Hör, duschen. Nein. Oh, könnte das nur sein, Leute. Ich hab echt keine Ahnung. Ich bin so unglaublich vergesslich. Ich hab das gerade erst durchgespielt. Erneut. Also, insgesamt zweimal hab ich's dann durchgespielt. Egal. Bin ich jetzt irgendwie zu blöd für alles, oder was? Wie kann man das übersehen? Hm. Hier ist nichts auffälliges. Oh. Fick dich, Spiel. Aristide. Wo ist der Rest des Teams? Wir haben wenig Zeit. Sie und ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Oh, danke. Ähm. Wir können nicht schießen, wir können noch umlaufen. Schöne, wir verrisiken Siete. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist sie. Diese Stimme, wir haben uns geschehen. Oh, Gott. Alma. Ähm. Irgendwärf. Ah. Ich will hier raus. Alma. Ähm. Hi. Es geht. Komm, wir laufen einfach mal hinterher rum. Oh, bist du hingefallen? Ich hasse sich portend, du Mädchen. Also nur mal das so vorne weg. Sie ist jetzt so in der Fall. Und das ist nicht dein... Was? Ähm. Hi. Was zum Verfickten? Was ist los? Oh, scheiße. Ich glaube, die Leute, die 4.1 gespielt haben, denen könnte diese Explosion ein Begriff sein. So ganz dumm geschätzt, natürlich nur. Aber egal. Ja, das wird jetzt ein bisschen am Stück aufgenommen. Ich hoffe mal, der Sound passt. Sonst... Aber ich ziemlich verschissen, möchte ich meinen. Boah, uns hat's ganz schön in der Welt erwischt. Was? Ach, nö. Fiel das gleich ganz fett Game Over, oder was? Ähm. Der Nefjf? Nehmt sie an Bord. Wir haben wenig Zeit. Du dreckige... Du bist doch dafür verantwortlich, oder? Hey. Die Revision wird von einer enormen Explosion unterbrochen, deren Zentrum anscheinend in Auburn, dem Gewerbezirk von Fairport, liegt. Das, an Ausnahmserzerstörung ist nicht abzuschätzen, und schicksaliges Team liegt im Dunkeln. Na, geil. Pupillen sind gebreitet. Er reagiert auf die Medizin. Was ist los? Das sollte nicht sein. Wo sind wir hier? Das ist nicht weg. Was läuft hier, Dr. Young? Moment. Ähm, Hilfe? Verdammt. Notmaßnahmen. Oh. Was zur verfickten Hölle? EVT oder Kammerflimmer. Laden auf 200. Nein, besser 300. Oh Gott. Erlebt. Aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Ah. Oh Gott. Au. Das sollte wehtun. Mach das...